Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo! 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 Hallo Sie! Haben Sie Telefon! Wie kann man bei Ihnen die Polizei anrufen? Da liegt eine Frau im Ohr. Was? Eine Tote. Wir haben eine Tote gefunden. Sie liegt dort drüben, auf dem Bauch im Wasser. Wir haben nur die Hand gesehen. Nein, nein, ich habe kein Telefon. Aber warten Sie, ich hole meinen Wagen. Langsam, nicht so schnell. Jeder bisschen lang. Aber vorsichtig. Seien Sie vorsichtig, Chef. Hier können Sie jeden Moment... Ja, vielen Dank für die Warnung. Einsinken. Ziemlich schwer, die Frau rauszuholen. Ja. Die ist ja sicher schon seit Wochen drin. Oh, die Dorschen. Ja. Man hat ja offensichtlich den Schädel eingeschlagen. Es wird ziemlich schwer sein, die Tote zu identifizieren. Wie ich höre, Herr Kommissar, soll es sich tatsächlich um Mord handeln? Ja, es sieht so aus. Sie ist völlig entstellt. Dr. Strobel, ich habe die Polizei angerufen. Ein Unfall ist doch kaum denkbar. Hier stehen überall Schilder herum und warnen die Fußgänger. Kann ich die Tote einmal sehen? Ich bin Arzt. Ich habe eine Klinik in München. Das hier ist mein Wochenendhaus. Ja, ja, bitte. Ja, sieht nach Schädelbruch aus. Kein Zweifel, die Frau wurde erschlagen. Wollen Sie gleich weiterfahren oder darf ich Sie zu mir hereinbitten? Ja, auf einen Moment gerne. Den nehmen Sie am besten mit ins Labor. Gerne. Vielleicht können die noch was entziffern. Schäferarzt? Und sonntags eben kann der Mann es zubeneiden. So, bitteschön. Dankeschön. Danke. Oh, das sieht aber sehr hübsch aus hier. Ja, gefällt es Ihnen? Ja. Ich bin fast jedes Wochenende her. Und Sie beschäftigen sich mit Wienzucht? Ja, das ist meine Liebhaberei. Wollen Sie etwas trinken? Vielleicht einen Schnaps? Oh ja, ich glaube, das können wir die brauchen. Ja, danke. Ich nehme auch mit. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja, ja, so ein Anblick geht an die Nerven. Selbst mir noch. Immer wieder. Sie haben recht. Man gewöhnt sich ja nicht nie ganz daran. Glauben Sie, dass Sie herausfinden können, um wen es sich handelt? Wir haben die Handtasche der Toten gefunden mit sämtlichen Papieren drin. Na ja? Allerdings natürlich völlig unleselich. Ja, es ist kein sehr angenehmer Gedanke, dass keine 200 Meter von diesem Haus entfernt ein Mord geschehen sein soll. Ist das Haus das Einzige in dieser Gegend? Danke. Ja, es gibt noch ein Gasthaus, etwa einen Kilometer entfernt. Aber sonst ist es schon sehr, sehr einsam hier. Spaziergänger? Wanderer? Selten, sehr selten. Sagen Sie, Herr Dr. Strobl, erinnern Sie sich an irgendetwas, was jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht wichtig sein könnte? Ein fremdes Auto zum Beispiel. Ach, Sie meinen, äh... Ja, es könnte ja sein, dass der Mord tatsächlich an anderer Stelle verübt worden ist. Ach, und dass man die Leiche nur hierher gebracht hat? Ja, da ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Ein fremdes Auto? Na, nicht, dass ich wüsste. Aber, wie gesagt... Naja, Sie sind nur am Wochenende hier. Ja. Robert spricht gerade mit dem Wirt. Der ist ganz erschrocken, dass hier ein Mord passiert sein soll. Wir haben ja schwer genug zu kämpfen. Ich erzähle überall rum, wie schön das hier ist und wie man sich hier erholen kann. Schöne Spazierwege. Kein Lärm, absoluter Frieden. Jetzt kommen Sie und finden einen Toten. Es gibt genug Leute, die sagen, die Gegend hier ist unheimlich. Wir brauchen Gäste. Und die nicht mehr kommen, können wir gleich zumachen. Naja, das verstehe ich ja. Aber immerhin ist ein Mensch umgebracht worden. Oder sollen wir uns nicht darum kümmern, nur weil Sie fürchten, dass dann weniger Gäste herkommen? Ist da jemand umgekommen? Im Moor? Alle Fragen kann ich nur mit Nein beantworten. Nein, nichts. Kein Auto, kein Gast, der hier zu Schaden gekommen ist. Chef, das ist Frau Steger, ein Pensionsgast. Und sie sagt... Du, entschuldige. Ich denke, Sie haben im Moment keine Gäste. Ja, wissere Frau Steger. Also haben Sie doch nicht die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit, die Wahrheit. Frau Steger hilft manchmal in der Küche beim Bedienen und... Was war's? Sie gehört mehr zum Haus, als dass Sie... Bezahle ich oder bezahle ich nicht? Na ja, sie bezahlt 20 Mark die Woche. 20 nicht genug? Und solchen Pensionsgästen kann ich nicht leben. Aber sie hat gesagt, sie hat vor ein paar Wochen nachts Schreie gehört. Todesschreie von einer Frau. Und sie sagt, sie hätte es Ihnen auch gesagt. Todesschreie. Ja, die hat sie gehört, sagt sie. Aber wissen Sie, was sie wahrscheinlich gehört hat? Eine Sendung im Radio. Es war keine Sendung im Radio. Eine Frau schrie, nein, nein, bitte tu's nicht. Bitte lass mich leben. Auf die Entfernung wollen Sie das gehört haben. Ja, ich habe es gehört. Wann war denn das? Ich war allein im Haus, ja, und Frau Hessler waren in München. Es war gegen 10 Uhr abends, da hörte ich die Schreie. Können Sie sich an das Datum erinnern? Das ist doch Unsinn, das ist doch alles Unsinn. Wann waren Sie in München? Das weiß ich nicht. Wir sind öfter in München. Und Sie haben Worte gehört, ganze Sätze? Lass mich leben. Bring mich nicht um. Tegar. Riesig. Menschenskind. Riesig. Riesig. Ich bin auf den Balkon gegangen. Ja, kann ich das mal sehen. Ja. Der Frau kann man doch kein Wort glauben. Wie spinnt die Stegar? Ihr hört alle Augenblicke stimmen und schreien. Ist ja nicht ruhig nachts hier draußen. Können Sie mal Kreuzchen schreien hören? Gibt es hier welche? Na und ob. Trinken Sie auch hin? Ja, gerne. Danke. Aus welcher Richtung kamen denn die Schreie? Aus dieser Richtung kamen die Schreie. Und um wie viel Uhr war das? Hab ich doch schon gesagt. Gegen 10 Uhr abends. Etwas später kam Herr Hessler aus München. Ja, jetzt weiß ich. Die Mutter von Frau Hessler hatte Geburtstag und da war er gewesen, hat er gesagt. Ah. Wann hatte denn Ihre Schwiegermutter Geburtstag? Am 12. September. Hier ist der Laborbericht, Chef. Ja, haben Sie ja nun endlich den Namen der Toten rausgekriegt? Ja, Maria Kaiser, Sekretärin. Fräulein Kaiser war sehr lange bei mir. Eine Erstklasse, wirklich Erstklasse, Kraft, sehr tüchtig. Seit September ist sie nicht mehr bei uns. Sie hat gekündigt? Ja. Ich konnte sie nicht halten. Ich bot ihr an, zu besseren Bedingungen, noch besser als ich ohne dies hatte, aber es war nichts zu machen. Seit 1. September ist sie nicht mehr bei uns. Sie wollte auswandern, nach Kanada. Nach Kanada? Fräulein Jahn, eine Frage bitte. Fräulein Jahn hat das letzte halbe Jahr mit Fräulein Kaiser zusammengearbeitet. Wissen Sie eigentlich, warum Fräulein Kaiser nach Kanada wollte? Nein. Haben Sie nie darüber mit ihr gesprochen? Ich habe sie gefragt, aber sie wollte es mir nicht sagen. Haben Sie ein Foto von ihr? Ja. Ja. Auf ihrem Werksausweis. Ja. Verzeihung. Den hat sie ja abgegeben. Weiter. Maria Kaiser, Sekretärin, 32 Jahre alt. Verdient gut, um nicht zu sagen sehr gut. Sie hatte über 23.000 Mark auf dem Konto. Sie kündigt ohne erkennbaren Grund ihre Stellung, ihre Wohnung. Sie löst ihr Konto auf, hebt alles Geld ab, verkauft die Möbel und verschwindet. Sie verschwindet am 12. September. Aber nicht nach Kanada. Sondern im Moor. Ist das die Tote? Ja. Kenn ich nicht. Wir wissen inzwischen, wer es ist. Die Frau ist Maria Kaiser, eine Sekretärin aus München. Ich habe mich nie gesehen. Kommen Sie rein, trinken Sie was. Eine Waschmaschine gibt es hier. Waschen muss ich selber, raufhängen muss ich selber. Schaut dich mal um, wie es hier aussieht. Erstklassiges Ausflugslokal, darauf bin ich reingefallen. Wollt ihr dich am Antel ausziehen? Eine Goldgrube könnte das werden, sagt er. Mistlokal ist das. Würden Sie hierher kommen? Ja, ich kannte das hier nicht. Na, jetzt kennen Sie es. Na, also so schlimm ist das auch nicht. Ach, was, Sie sind bloß höflich. Danke. Mir können Sie ruhig die Wahrheit sagen. Es ist ein Mistlokal. Eine Gegend, die sich keiner ansieht. Zumindest nicht freiwillig. Soll ich mal sehen, ob ich schicke Musik finde? Ja. Die Pflanzen sind hundert Jahre alt. Leute, die zu uns kommen, wollen moderne Musik nicht hören, sagt er. Wer sagt das? Mein Mann sagt das. Gefällt Ihnen die Musik? Sehr dufte. Sagen Sie, ist die Frau Steger nicht da? Wollen Sie denn von der Steger? Trinken Sie den Schnaps nicht? Doktor? Steger ist in der Waschküche. Steger! Können Sie verstehen, dass jemand diese Musik nicht mag? Ich bin wahnsinnig dabei. Darf ich Ihnen mein Foto zeigen, Frau Steger? Kennen Sie vielleicht diese Frau hier? Die hier? Ja, die kenne ich. Was, die, die kennen Sie? Ja, die war mal hier. Da am Tisch hat sie gesessen. Es war ein Sonntag. Haben Sie gehört, was Frau Steger gesagt hat? Ja. Ist das die? Die Tote, ja. Wann war sie hier? Im August war das. Ein Sonntag im August. War sie allein hier? Sie war allein hier. Sie saß ungefähr zwei Stunden, dann fragte sie, ob sie den Wirt sprechen könnte. Den Wirt? Ja. Ja, hat sie in der gesprochen? Ja, ich hab ihn ja geholt. Er ging hin und sprach mit dieser Frau. Wissen Sie, was sie wollte? Nein, sie ging dann raus auf den Hof. Warum ging er mit dir raus? Ich hab doch gesagt, weiß ich nicht. Ich hab zu tun hier, wissen Sie. Ich muss ja bedienen, den Hund füttern, die Hühner, die Katze. Ich muss ja ständig laufen. Und abends fall ich todmüde ins Bett. In das Bett, für das ich 20 Mark bezahlen muss. 20 die Woche. Kann ich jetzt gehen? Ich hab noch zu tun. Und Sie erinnern sich nicht an diese Frau? Glauben Sie, ich sehe mir die Gäste an, die hierher kommen? Kann sein, dass die Frau hier war. Kann sein, dass sich die Stege alles aus den Fingern sorgt. Halt, gehen Sie doch nicht weiter, da ist Sumpf. Kommen Sie hier rechts rüber. Sie kennen sich aber gut aus hier. Ja, es geht. Ah, Sie sind schon ein Experte. Ja, ich hab Ihnen ja gesagt, ich hab die Schilder hier aufgestellt. Die Gäste wollen hier spazieren gehen. Moor ist ja sehr gesund. Ich weiß hier Bescheid. Und das ist das Loch, in dem die Tote gefunden wurde. Ja. Und bis hierher kann man mit dem Wagen fahren. Tja, die Frage ist nur, ob er die Tote hierher gefahren hat. Ja. Oder ob er sie hier umgebracht hat. Der Gasthof ist zwei Minuten von hier. Glauben Sie, wenn hier jemand umgebracht wird, dass man die Schrei im Gasthof hört? Das weiß ich nicht. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Wollen Sie hier jemand schreien lassen nachts? Warum denn nicht? Ja, also wenn ein Wagen hierher gefahren ist, dann hätte er an Ihrem Gasthaus vorbei müssen und am Haus von Dr. Strobel. Wüsste nicht wie. Er müsste sich schon sehr gut auskennen hier in der Gegend. Nein, nein, einen anderen Weg, den gönne ich nicht. Ist Dr. Strobel da? Das ist nicht Dr. Strobel. Sein Sohn ist da. Hallo, Hessler. Was ist denn los? Ich bin vorbeigefahren bei euch. Polizei? Ja, Kriminalpolizei. Strobel. Schon gehört, ein Mord hier. In unserer schönen Gegend. Passt gar nicht hierher. Ist Ihr Vater auch hier? Nein, der kommt nur zum Wochenende. Der operiert entweder oder erhält Vorträge in Amerika. Wo ist denn das gewesen, Hessler, in der Nähe? Ah, da hinten. Ungefähr 200 Meter von hier. Eine Frau? Ja. Sind Sie öfter hier? Naja, so oft nicht. Ich hab kein Verhältnis zu Bienen. Ich kauf mir den Honig lieber. Nein, ich komm nur hierher, wenn ich mal einen Tag lang verschwinden will. Nach einer schweren Sauferei oder wenn ich kein Telefon hören kann für 24 Stunden. Aber sonst, nee. Sind Sie auch Arzt? Nein, ich bin Kaufmann. Arzt hab ich gar nicht erst angefangen. Bessern als mein Vater gibt es nicht, sagt er. Wenn Sie mich fragen, sag ich auch. Herr Strobel. Waren Sie zufällig am 12. September hier? Wieso kommen Sie auf den 12. September? Da wurde die Frau umgebracht. Ja, wieso? Haben Sie sie schon identifiziert? Ja. Und, wer ist es? Eine gewisse Maria Kaiser aus München. Der Name sagt mir nichts. Darf ich Sie fragen, was Sie hier draußen wollten? Mein Vater hat mich angerufen. Er hat gesagt, was passiert ist. Er meinte, ich soll mal nachschauen, ob das Haus noch sicher ist. Sonst will er die Bücher wegholen. Manchmal ist er wirklich ein bisschen weltfremd. Er könnte Gitter anbringen. Aber Einbrechen und Frauen ermorden sind doch völlig verschiedene Dinge, oder? Und er hat Angst um seine Bücher. Wiedersehen. Was ist das für ein Mann? Na, das sehen Sie doch. Sportwagen. Der ist ganz selten hier. Dem gefällt es hier nicht. Auch sein Vater gefällt ihm nicht. Aber umgekehrt ist das nicht viel besser. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Hesler. Die Tote war hier im Lokal, Erich. Sagt die Steger. Was? Ja, sagt die Frau Steger. Sie hat sich auf diesem Foto erkannt. Ist das die Tote? Ja, das ist die Tote. Und die soll mal hier gewesen sein? Erinnern Sie sich nicht? Irgendwann im August, an einem Sonntag. Die Frau Steger hat sie bedient. Ja, und sie sagt, dass diese Frau Sie, Herr Hesler, hat sprechen wollen. Mich? Ja, Sie. Und beide Sie und diese Frau seien dann hinausgegangen. Wolltest du ja noch mal sehen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Die Kaiser, wie sie war? Ja. Komisch. Wieso komisch? Ich weiß auch nicht, irgendwie. Unser Lagerverwalter sagt, die Kaiser ist komisch, weil sie keinen Mann mitgekriegt hat. Na ja, das ist ja auch merkwürdig, denn sie war ja eine ganz hübsche Person. Hübsch? Ja. Die Kaiser? Also, nein, das war sie nun nicht. Ich sagte, ziehen Sie sich doch mal richtig an. Und dann fragte sie mich, würden Sie mal mitgehen? Mitgehen, wohin mitgehen? In ein Geschäft einkaufen. Und das sind wir dann auch. Für 2000 Mark hat die eingekauft. Ja. Ich musste nur sagen, was steht denn aber, Frau Dein Kaiser? Dann hat sie gleich gesagt, das nehme ich. Der Chef hat vielleicht gelacht. Ach, Sie haben es ihm erzählt? Sah doch, wie sie aussah plötzlich. Was ist denn mit der Kaiser los, hat er gefragt. Und dann wollte er alles genau wissen, wie ich mit ihr los bin, Kleider aussuchen, Unterwäsche und überhaupt alles. Dann hat er gesagt, wie sieht denn die Kaiser aus, so? Was meint der damit? Na, wenn sie nichts anhat, meint er. Na, die hat eine ganz gute Figur, habe ich gesagt. Das wollte er gar nicht glauben. Und dann ist er mal mit ihr ausgegangen. Ausgegangen? Nachgesehen hat er, ob es stimmt. Warum sollte ich nicht mal mit ihr ausgehen? Eine tüchtige Person war ich ihr doch gewissermaßen mal schuldig. Kleines Abendessen, Flasche Shampoos. Nähere Beziehungen? Herr Kommissar, die Kaiser. Na, hören Sie. Na, so gut. Die Kaiser wollte immer gern nähere Beziehungen, egal zu wem. Als Mensch war sie zu kompliziert. Zu gescheit in mancher Hinsicht. Zu tüchtig, wenn ich so sagen kann. Sie hatten also kein Verhältnis mit ihr? Ein was? Aber Herr Kommissar, ich bitte Sie. Ja oder nein? Also, ich habe im Anschluss an ein Abendessen. Und weil sie mir leid tat, aber ganz unverbindlich, wissen Sie? Hat da jemand was zu Ihnen gesagt? Nein, nein, nein. Sie bot sich ja förmlich an. Wissen Sie, dass sie Lokale besucht hat, nur um Bekanntschaften zu machen? Was für Lokale? Das ist ein Lokal, wo die Damen die Herren auffordern zum Tanzen. Die kleine Jan hat mir mal davon erzählt. So sah es aus mit der Kaiser. Walter, du Hesser fähr gerade weg. Ja? Hässler ist weg, ja? Woher wissen Sie das? Weil sie die Musik spielt. Dann können Sie sicher sein, dann ist er nicht da. Wer das sonst nicht so spät will? Nein. Ich wollte Sie was fragen, Frau Steger. Was sind Sie hier eigentlich? Gast oder Angestellte? Was ich bin, was ich bin. Ich habe das Zimmer gemietet. Wissen Sie, was das kostet mit voller Pension? 80 Mark die Woche. Habe ich so viel? So viel habe ich nicht. 20 habe ich. Für das andere muss ich arbeiten. Was soll ich denn machen? Weiß ja nicht wohin. Wie eingeschlossen bin ich hier. So wie Sie auch. Was ist eigentlich mit Hessler und seiner Frau? Was soll sein? Wie Hund und Katze sind sie. Sie will weg. Weg von hier. Und er lässt sie nicht. Da ist das Schlafzimmer. Und heulen tut und reden. Ich höre es doch, was er ihr verspricht. Der verspricht ihr alles, dass sie bloß nicht wegläuft. Wenn du gehst, sagt er, hole ich dich zurück und werfe dich ins Moor. Der kennt doch die ganzen Löcher hier. Guten Abend, Frau Hessler. Darf ich Sie noch mal nach dem 12. September fragen? Sie kam um 11 Uhr aus München zurück. Ich doch nicht. Ich war nicht dabei. Ach, Sie waren nicht dabei? Nein. Wir haben uns in München gestritten. Ich bin mit meiner Mutter geblieben. Mein Mann ist allein zurückgefahren. Ja, wann ist er denn aus München weggefahren? Nein. Man fährt doch nicht länger als eine Stunde, nicht? Nein. Dann könnte er doch gut um 10 Uhr hier gewesen sein. Ja. Wann ist er denn nun gekommen, Frau Hessler? Kurz nachdem ich die Schreie gehört habe. Fahre ihm nach. Fahre ihm nach. Hallo? Nur eine Frage, Herr Dr. Strobel. Ja, bitte. Herr Dr. Strobel gebeten um finanzielle Hilfe. Das Gasthaus ist ja auch wirklich nicht sehr attraktiv in dieser Form. Er trägt sich mit Umbauplänen und deswegen kam er her. Was denn jetzt so spät? Ja, er weiß, dass ich immer erst spät aus der Klinik komme. Außerdem drängt ihn seine Frau. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ach nein, danke. Das lohnt kaum. Aber das würde ich gerne noch wissen. Werden Sie sich finanziell beteiligen? Ja, ich habe ihm eine Zusage gegeben. Warum darf ich nicht? Das ist, aus dem Haus lässt sich etwas machen. Das ist ein durchaus geeignetes Objekt für eine Kapitalsanlage. Wollen Sie noch mehr wissen? Nein, das war eigentlich alles. Ja, ich glaube, die kenne ich. Die war öfter hier. Maria Kaiser. Den Namen kenne ich natürlich nicht. Aber gesessen hat sie meistens da drüben am Tisch, wo die einzelne Dame sitzt. Äh, was ist mit der? Hat sie was angestellt? Solche Leute kommen nämlich hier nicht rein. Dann kriegt sie Lokalverbot. Gibt es jemanden hier in dem Lokal, der sie kennt? Gut kennt? Ich sagte doch schon, die Dame an dem Tisch. Das war's für öfter. Danke. 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 So zahlen Sie. Nein, nein. Darf ich Sie einen Moment sprechen? Ja, 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 ja. Ja, natürlich. Das ist Frau Kaiser. Ja. Warum zeigen Sie mir das Foto? Die ist doch in Kanada. Nein, sie ist nicht in Kanada. Nicht in Kanada? Sie ist tot. Wir haben zusammengesessen, weil es ist besser in diesem Lokal, meine ich, wenn man nicht ganz allein sitzt. Obwohl, es spielt ja keine Rolle. Jeder weiß ja, warum wir hier sind. Wir wollen tanzen. Wir wollen tanzen. Auch die Kaiser wollte tanzen und Musik hören und... Na ja, Sie wissen ja. Um Herrenbekanntschaften zu machen. Finden Sie was dabei? Nein, wieso? Das ist eine faire Sache. Fair und bequem. Für jeden. Ich habe gesagt, ich finde nichts dabei. Haben Sie den Mann gekannt, der mit Maria Kaiser nach Kanada wollte? Nein. Wissen Sie, in der letzten Zeit kamen Sie gar nicht mehr hierher. Ich habe Sie mal auf der Straße getroffen. Da habe ich Sie gefragt, warum kommen Sie nicht mehr her? Und da sagte sie, ich verkaufe alles, wir gehen nach Kanada. Ich sagte, wir? Wer ist denn wir? Und da sagte sie, ich bin verlobt. Na, sagte ich, da gratuliere ich, aber wer ist es denn? Das wollte sie nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, kenne ich den Mann? Und da hat sie gesagt, ja, kann sein. Und dann habe ich gesagt, warum sagen Sie denn nicht, wer es ist? Und da sagte sie, er will nicht, dass ich es sage, weil... Na ja, dann kam sie dann mit raus, dass er noch verheiratet ist. Noch verheiratet? Na, Menschenskind, habe ich gesagt. Kaiser, wenn der Sie mal nicht verschaukelt. Aber da ging sie hoch. Nein, das wäre nicht so und wäre überhaupt ganz anders. Und es wäre überhaupt ein großes Glück, so einen Mann zu kriegen. Ja, und dann hob sie ihr Geld ab, gab ihre Stellung auf und verkaufte ihre Wohnung. Und das Geld ist fut. Ja, keine Spur mehr davon. Und beinahe auch keine Spur mehr von Maria Kaiser. Herr Oberst. Danke. Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen, der jetzt in das Lokal gekommen ist? Schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Meinen Sie hier? Ja. Kann sein. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Sagen Sie, Herr Oberst, der Herr, der eben gerade mit Ihnen sprach, was wollte er. Hat er ein Bier bestellt? Ist ja ein gutes Recht. Na nun, Herr Dr. Struppel. Ach, Herr Kommissar. Ja, ich bin genauso überrascht wie Sie. Das ist ein seltsames Lokal, was? Ja. Aber ich habe ein Faible für Merkwürdigkeiten und für gutes Bier und das gibt es hier. Ach, Sie sind also öfter hier. Na ja, nicht, ja. Öfter. Aber doch hin und wieder. Und was führt Sie hierher? Maria Kaiser hat hier verkehrt. Ach ja? Wollen wir uns nicht setzen oder sind Sie nicht alleine da? Allein, bitte. Ach so, die Tote aus dem Moor. Hier verkehrt. Ja. Ja, aber das ist also der Typ. Dann könnte man ja fast annehmen. Bitte sehr. Oh, danke schön. Wollen Sie nicht auch eins? Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, bringen Sie mir auch eins. Bitte sehr. Könnte man ja annehmen, dass Sie Ihren Mörder hier kennengelernt haben, oder? Könnte man. Haben Sie das für möglich? Ja, durchaus. Ja. Verkehren ja die unterschiedlichsten Leute hier. Vorwiegend obskure Leute. Ja, Sie verkehren zum Beispiel hier, ne? Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ja, haben Sie schon mit den Kellnern gesprochen? Die erinnern sich an Maria Kaiser. Aber nicht an einen bestimmten Mann, mit dem sie hier öfter getanzt hat oder möglicherweise sogar auch von hier weggegangen ist? Nein, auch die Freundin nicht. Welche Freundin? Die Dame, mit der ich da vorhin am Tisch saß. Ach, die weiß auch nichts. Nein, so gut wie nicht. Ich bin ja auch zum Morgen. Dann beneide ich Sie nicht um Ihre Aufgabe, Herr Kommissar. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen betrunken, Herr Kommissar, weil Sie mir erzählt haben von der Kaiser. Wem hat die Frau was getan? Ich frage Sie, wem? Wir sind keine Schönheiten. Die Kaiser war es nicht und ich war es auch nicht. Glauben Sie, ich weiß das nicht. Außerdem haben wir noch einen Fehler gemeinsam. Nicht mehr jung genug. Ich habe mir irgendwas verpasst. Und einen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was für einen. Und auf einmal musste er rennen. Hinterher rennen. Hinterm Leben her rennen. Hinterm Glück her rennen. Rennen, dass dir die Zunge raushängt. Als die Kaiser zu mir sagte, ich habe mich verlobt. Ich gehe nach Kanada. Da kam sie auf mich zu und umarmt und küsste mich. Weil sie glücklich war. Ich war es nicht einfach. Warum bist du denn immer zu spät, wo du so einen schnellen Pizarst? Der Flitzer und ich, wir springen morgens immer schwer an. Sag mal, wann bist du eigentlich von Dr. Strobl weggegangen? Ich? Äh, nein, nein. Ja, so gegen Elbe. Und um Mitternacht erscheint Dr. Strobl in dem Lokal, in dem Maria Kaiser verkehrt hat. Ja, das ist doch kein Zufall. Ich sehe ihn, gehe auf ihn zu. Und ich muss sagen, ich habe selten einen Menschen gesehen, der seinen Schrecken und seine Überraschung so total verbergen konnte. Guten Tag, Frau Steger. Oh, Herr Doktor. Trauen Sie sich denn überhaupt noch aus dem Haus? Wieso? Haben Sie keine Angst vor dem Mörder? Mörder? Den Mann gibt es doch noch. Den hat man noch nicht gefunden und Sie sind doch sozusagen ein Zeuge. Ich? Ja, Sie haben doch die Schreie gehört am 12. September. Ja. Ist Hesler da? Ja. Vielleicht haben Sie gar keine Schreie gehört. Überlegen Sie doch mal. Ja, Frau Hesler. Ja, Herr Doktor. Ist Ihr Mann da? Das ist ein Augenblick. Herrlich! Herrlich! Ja. Geh mir mal so in Wirklichkeit. Ja, ich habe es mir überlegt. Dann komme ich ja nie her weg aus diesem Mistlokal. Aber wieso? Wir bauen es um. Das wird ein großartiges Lokal. Was ist denn? Ach, Tag, Doktor. Da ist er. So, ich habe dir ja gesagt, er kommt in der Zeit. Ich habe die Pläne schon hier liegen. Na ja? Wir haben Sie noch nie richtig angesehen. Wir sind nämlich... Wollen Sie was trinken? Ach ja, bitte. Geben Sie mir ein Whisky. Wir sind nämlich fabelhaft geworden. Ja, scheint niemand da zu sein. Das ist... Hallo! Kennen wir uns nicht? Wir haben uns gesehen bei meinem Vater draußen. Ja, wir wollen zu Ihnen. Das ist übrigens Kommissar Keller, mein Chef. Hallo, Herr Kommissar. Na, fahren wir gleich rauf. Bitte? Über meinen Vater? Warum fragen Sie da mich? Das muss doch im Zusammenhang stehen mit dem Mord, oder nicht? Ja, ganz richtig. Schießen Sie los, Herr Kommissar. Ihr Vater ist heute nicht in der Klinik. Nicht in der Klinik, an einem normalen Wochentag? Das ist ja jahrelang nicht vorgekommen. Hat man gesagt, wo er ist? Nein, man wusste es nicht. Müsste ich mir Sorgen machen? Na, ich glaube nicht. Sie sind Kaufmann? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, Sie. Habe ich Ihnen ein Bier anbieten? Ja, danke. Ich habe ein Werbebüro in der Stadt. Haben Sie Kontakt mit Ihrem Vater? Kontakt, Kontakt. Wissen Sie, mein Vater ist nicht der Mann, um groß Kontakt zu ihm zu haben. Und Ihre Frau Mutter? Gestorben, ich war 16. Seitdem lebt Ihr Vater allein? Allein? Wie meinen Sie? Ja, Frauen. Wissen Sie, Herr Kommissar, mein Vater ist mit seiner Klinik verheiratet. Oh. Frauen? Nein. Immerhin besucht er ab und zu Tanzlokale. Ballverkehrt zum Beispiel. Ballverkehrt? Ja, ein Lokal, in dem die Damen die Herren auffordern zum Tanzen. Und da soll mein Vater hingehen? Das kann ich mir nicht vorstellen, ausgeschlossen. Ja, gerade hochintelligente Männer haben ja oft seltsame Beziehungen zu Frauen. Das wäre allerdings seltsam. Die ermordete Maria Kaiser verkehrte in dem Lokal, das Ihr Vater besucht. Wer glauben Sie denn? Ist doch Unsinn. Oder doch? Entschuldigung, die Vorstellung ist einfach zu absurd. Aber eins ist ganz unmöglich. Er erschlägt Frauen nicht und er wirft sie nicht ins Moor. Nein. Nein. Oder? Die Gardine hat sich bewegt. Er beobachtet uns. Hallo. Wollen Sie zu mir? Ja. Augenblick. Ich bin nämlich gerade im Weggehen. Oh, das macht nichts. Also haben Sie keine dringenden Fragen. Nein, nein, gar nicht. Wir kamen nur zufällig vorbei und sahen Ihren Wagen und da habe ich mich erinnert, dass Sie mir mal gesagt haben, dass Sie nur Wochenende hier sind. Ja, ja, meistens. Aber nicht immer. Wie Sie sehen. Tja, gibt es etwas Neues? Nein. Da haben Sie also keinen besonderen Grund für Ihr Herumgehen. Nein, wir gehen nur so herum. Naja, was ich Ihnen nicht glaube. Aber wenn Sie mir etwas verschweigen, so ist das Ihre Sache. Was ist denn mit dem Mann los? Wir sind hinter ihm her und das weiß er. Was ist denn, Steger? Ich habe mich erschrocken. Tue ich Ihnen was? Nein. Also. Wo fährt er denn jetzt noch hin? Weiß ich doch nicht. Ralka? Ich will nicht, dass er das Haus umbaut. Ich will weg von hier. Der lässt Sie nicht. Jetzt, wo er endlich Geld hat, der hat doch immer nur gesehen, wo er Geld herkriegt, damit Sie ihn nicht weglaufen. Da ist es viel. Da ist einer im Moor. Wer ist denn das? Immer noch. Immer noch. Schon gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Geh lang, Chef. Ganz säkig. Der liegt ja da drin. Vorsichtig aufpassen. Wir haben ihn! Wir sind in der Vergangenheit. Danke, Herr. Ich bin nicht mehr. Danke, Herr. D�'N. Ja. Danke schön. 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 Ich habe Ihnen eine Traurige Mitteilung zu machen. Ich weiß schon. Das ist mein Mann. Ich habe seine Stimme erkannt. Das ist mein Schrei. Ich habe sofort gewusst, das ist er. Das ist mein Mann. Ihr Mann hat er den Wagen genommen. Darf ich fragen, wohin er wollte? Ich weiß nicht. Er hat mir nur gesagt, ich bin gleich wieder da. Wollte er nicht nach München? Er muss doch irgendwas gesagt haben. Er fährt doch nicht los, ohne Ihnen zu sagen, warum und wohin. Ist er ertrunken? Oder? Nein, man hat ihn erschlagen mit einer Latte. Mit einer Latte? Ja, mit einer Zornelatte. Gibt hier doch gar keine Zäune. Herr Schell? Ja? Der Dr. Strubel ist zu Hause. Er erwartet uns. Ah ja, danke. Da kommen Sie doch bitte herein, meine Herren. Hessler? Das kann doch kein Unglücksfall gewesen sein. Das war es auch nicht. Hessler wurde erschlagen und ins Moor gestoßen. Also praktisch auf die gleiche Weise ermordet wie Maria Kaiser. Ach, und Sie meinen, das war auch derselbe Mörder? Ich bin überzeugt davon. Dr. Strubel, wo waren Sie heute Abend um 8.30 Uhr? Wo ich heute Abend um 8.30 Uhr war? Ja, entschuldigen Sie, Herr Kommissar, bringen Sie den Mord in irgendeinen Zusammenhang mit meiner Person? Ja. Na ja, ist Ihr gutes Recht. Ja, ich war um 8.30 Uhr, wo war ich denn? Ich war auf dem Weg hierher, also unterwegs. Haben Sie dafür Zeugen? Nein, das heißt, mein Sohn erwartete mich hier. Mhm. Und wie viel Uhr war denn das? Ähm, danke schön, das war gegen neun, ja, kurz vor neun. Kurz vor neun, sagen Sie. Mhm. Hat Ihr Sohn Sie in diesem Haus erwartet? Ja. Hat er einen Schlüssel? Aber sicher, es ist sein Elternhaus. Ja, aber er ist 26 Jahre alt, hat eine eigene Wohnung, einen Beruf. Ja, jedenfalls war er da. Wollen Sie ihn sprechen? Ich kann Sie verbinden. Ja, das muss ich für euch bei dir. Jetzt sollte ich Sie etwas fragen, Herr Kommissar. Was werfen Sie mir eigentlich vor? Die Zaunlatte, mit der Hessler erschlagen wurde, ist auf Ihrem Grundstück gefunden worden. Ja, aber den kann jeder da hingeworfen haben. Ulrich, die Polizei ist bei mir. Herr Kommissar Keller. Ja, ja, geben Sie neu her. Hallo? Herr Keller hier. Herr Kommissar? Ja, ich bin... Ich hab ihn gesucht, weil... Ihr Besuch, Herr Kommissar, hat mich etwas beunruhigt. Ja, in seiner Wohnung. Um halb neun. Ja, ziemlich genau halb neun. Danke, mehr wollte ich nicht. Ihr Sohn liebt Sie? Was für eine Frage? Ach, Sie wissen es nicht. Na, was wissen wir über unsere Kinder? Tja, ich nehme an, dass er mich liebt. Wahrscheinlich. Ja, ich bin ganz sicher, dass er es tut. Na, dann wird er ja bezeugen, dass Sie um neun oder halb neun hier waren. Ja, sicher wird er das. Sie sind ganz sicher? Ja. Danke, Doktor. Gute Nacht, Herr Kommissar. Wir sollten ihn jetzt nicht schlafen hier lassen, Chef. Er geht nicht schlafen, aber wir auch nicht. Robert, falls Dr. Strobel das Haus verlässt, dann verliere ich ihn nicht aus den Augen. Mhm. Wollen Sie nichts essen, Frau Essler? Nein. Aber warum denn nicht? Sie müssen doch was in den Magen kriegen. Ich sag doch, ich will nicht. Das können Sie nicht machen, Frau Essler. Wir werden ihn beerdigen und die Zeit abwachen. Guten Abend. Ich habe gehört, was vorgefallen ist. Ich wollte Ihnen sagen, wie leid es mir tut. Der Kommissar lässt Sie bitten, zu warten, bis er kommt. Bis er kommt? Aber woher weiß er, dass ich hier bin? Erstlen. Wieso haben Sie dich mitgebracht? Sie haben mir nicht gesagt, weshalb. Kann ich ein Bier kriegen? Nein, du trinkst nichts. Er bekommt nichts. Du hast doch bestätigt, wo ich um halb neun war. Ja, das habe ich. Was wollen Sie dann von mir? Ich will Sie des Mordes überführen, Dr. Strobel. Versuchen Sie es. Kann ich was zu trinken haben? Ein Schnaps, ein Korn. Korn? Vergeben Sie es ihm schon. Der 12. September war ein Sonnabend. Da müsste ich nachschauen. Es war ein Sonnabend. Sie können sich darauf verlassen. Wenn Sie die Sonntage hier verbringen, wann kommen Sie da gewöhnlich her? Am Sonntagmorgen. Stimmt das? Ja. Ja, aber an diesem Wochenende war ich schon am Sonnabend hier. Am Sonnabendabend. Und Sie haben keine Schreie gehört? Nein. Obwohl der Tatort 200 Meter von Ihrem Haus entfernt ist. Ich sagte Ihnen schon, ich habe nichts gehört. Sie hören normal? Ich höre ganz normal, ja. Können Sie das bestätigen? Ja, mein Vater, wissen Sie, wenn er arbeitet, studiert, dann vergisst er alles im Sicherraum. Ah, Sie haben gearbeitet? Ja, ich habe einen Vortrag ausgearbeitet. Und den Todesschrei eines Menschen nicht gehört? Nein. Haben Sie Maria Kaiser nicht gekannt? Nein. Danke. Obwohl Sie doch das Lokal des Öfteren besucht haben, in dem Maria Kaiser verkehrte und Männer zum Tanzen aufforderte. Ab und zu, ja. Wollten Sie etwas sagen? Nein, nein. Hat Maria Kaiser Sie zum Tanzen aufgefordert, Dr. Strobel? Nein. Es hat sich also keine Bekanntschaft ergeben, gleich in welcher Weise? Ich sagte Ihnen schon, nein. Trotzdem hat Maria Kaiser diesen Gasthof aufgesucht. Wo hat sie gesessen? Nein, er hat gesagt, er kennt Sie nicht. Aber lassen Sie mich meine Vermutung wiederholen. Er hat gelogen. Er hat sich sehr genau an diese Frau erinnert und auch daran, dass sie nach dem Weg zu Ihnen fragte. Maria Kaiser, die Tote aus dem Moor und der Name Strobel von Ihnen gebraucht, das hat Hesla veranlasst, noch am gleichen Abend in die Stadt zu fahren, zu Ihnen, Dr. Strobel. Und er kam zurück mit der absoluten Zusicherung von Ihnen. Sie finanzieren seinen Umbau und er schweigt dafür. Und was Sie da sagen, muss bewiesen werden. Kann ich bitte etwas zu trinken haben? Wann haben Sie endlich das Haus Ihres Vaters verlassen? Vor fünf Jahren. Und warum sind Sie weggegangen? Das Haus ist doch groß genug. Ihr Vater lebt allein und auch Sie sind allein. Der Junge wollte seine Selbstständigkeit haben. Bitte lassen Sie ihn antworten, ja? Warum? Ich hatte satt zu Hause. Wofür ich Verständnis habe. Hatten Sie das immer, Verständnis für Ihren Sohn? Wie kommen Sie darauf? Die Tote wird im Moor gefunden, kaum 200 Meter von Ihrem Haus entfernt. Das Erste, was ich natürlich angefordert habe, waren Unterlagen über Sie. Was ist daran interessant? Zum Beispiel das Verhältnis zu Ihrem Sohn. Sollten Sie nicht studieren? Studieren? Natürlich soll ich studieren. Ja, aber Sie haben es nicht geschafft. Die Schule nicht, das Studium nicht, die Lehre nicht, gar nichts haben Sie geschafft. Ihr Vater hat sich bitter beklagt. Hier steht es. Mein Sohn taugt nichts. Ich habe einen Idioten zum Sohn. Steht da? Wer hat das gesagt? Und zu wem hat er das gesagt? Sei jetzt wenigstens kein Idiot und halte den Mund. Aber da machten Sie das Werbebüro rauf. Ja, das ist hier vermerkt. Habe ich ihm eine letzte Chance gegeben und Geld reingesteckt? Mein Sohn hat eine Firma jetzt, sie existiert schon ein halbes Jahr und sie ist noch nicht pleite. Und zu wem hat er das gesagt? Aber sie war pleite. Sie war bereits Anfang September pleite. Hör zu, du sagst erst keinen Ton, verstanden? Er muss nicht. Den habe ich gesehen. mit Maria. Dürfen Sie bitte? Gern, gern. Nicht Dr. Strobl hat die Maria Kaiser kennengelernt, sondern Sie. Du gibst nichts zu. Überhaupt nichts. Wann haben Sie zum ersten Mal mit ihr über Geld gesprochen? Nimm dir was zu trinken. Ich komme gleich. Wann kam Ihnen die Idee mit Kanada? Warst du? Ich gehe mit dir, wohin du willst. Es macht mir nichts aus, hier wegzugehen. Ich hänge nicht daran. Kanada? Meine Wahrsagerin hat mir gesagt, bevor ich glücklich werde, werde ich eine warte Reise machen. Vielleicht. Na. Vielleicht hat sie Kanada gemeint. Die Idee mit Kanada kam Ihnen, als Sie nicht aus- und einwussten und Ihrem Vater unter keinen Umständen gestehen wollten, dass Sie wieder einmal versagt haben. Nicht antworten. Unter keinen Umständen antworten. Sind wir schon da? Ja. Wo ist denn das Wocheninterus in der Ampfad? Gleich da drüben. Wir müssen ein paar Schritte gehen. Und nun zu Ihnen, Dr. Strobel. Was wollen Sie von Ihnen? Hessler kam zu Ihnen und erzählte Ihnen, dass er Maria Kaiser gesprochen hat. Sie hatte nach Ulrich Strobel gefragt. Und nun wussten Sie, dass Ihr Sohn, dieser Versager, dieser Idiot, auch noch einen Mord begangen hat. Von da an kannten Sie nur noch eine Aufgabe und ein Ziel, Ihren Sohn zu schützen. Sie sagten Hessler den Kredit zu, aber beide fanden Sie, Ihr Sohn und auch Sie, dass es besser wäre, wenn Hessler verschwindet und nie mehr den Mund auf tut. Also nicht nur Ihr Sohn war ein Mörder, sondern auch Sie. Was Sie da sagen, muss bewiesen werden. Mein Mann hat mir gesagt, Ulrich Strobel hat die Frau umgebracht. Deshalb bekommen wir den Kredit. Reicht Ihnen das, Herr Strobel? Jetzt bin ich gespannt, ob er das richtig macht. Strobel! Wo sind Sie, Strobel? Bleiben Sie stehen! Strobel! Strobel! Bleiben Sie doch stehen! Strobel! 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 Da drinnen muss er irgendwo sein. Ist der Mann verrückt? Hier können wir nicht weiterlaufen. Strobel! Strobel! Doe Kara! Shank! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.